Servus Leute, ich bin hier bei einer neuen Runde von Rage Mode, äh Minecraft Rage Mode, äh, jo, werd hier auch schon beschossen. Ey, das gibt's doch nicht mit Axt, ich hab's nur nur Kaltpunkte gehabt, haha. Ah, mein Schnupfen wird zur Zeit immer schlimmer. Den hab ich erwischt. Den hab ich erwischt. Den hab ich erwischt. Oh, drei miteinander, meine Güte. Boah, der hat mich erwischt. Kann doch nicht mal hier sein. Meine Güte. Was ist denn mit denen heute los? Hat dann die Falsches gegessen? Oh. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 dahinten steht einer ach der ist tot die 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 Ach Mensch. Was ist denn los? Boah. Neh, neh. Das war's für heute. Oh, ich hab's geschafft. Okay, noch eine Runde. Und dann ist es vorbei für heute. So, wo gehen wir denn jetzt mal schön rein? Gehen wir mal da hoch, was gibt's denn hier schon? Nichts? Na gut, bin ich also weitergekommen. Wo kann ich hier hinlaufen? Aber ich kommt hier kein Auto, was mich überfährt. Okay. 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 Hey. Ich hab hier so noch keine Punkte. Da bringt das mit der Axt nichts. Warum starte ich hier mal von hier hinten aus der Ecke? Ich glaub die Karte ist auch viel zu groß eigentlich hier. Aber wo hat er mich abgeschossen? Okay. Okay. Moment. Ah, das gibt's doch nicht. Er wollte mit einer Axt werfen. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht einfach gehen mit einer Axt werfen. Kann doch nicht einfach gehen mit einer Axt werfen. Ah. Super. Weil 50 Punkte sind wir recht. Na gut, jetzt hab ich auch 25. So, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir mal von oben. Ah. So, wo sind sie? So, wo sind sie? Ich glaub hier umzustehen ist bisschen doof. Aber ich war ein schuld Blick aber. Soll ich da hinten in die Fenster? Jo, cool. Also, also schlecht im Schießen bin ich ja wohl anscheinend doch nicht. Aber ich bin letzter glaub ich. Oh, vorletzter. Ich bin vorletzter. Oh, das Haus verschwindet. Und da ist es. Verschwört das wieder? Nee. Ach Mist. Das ist eh? Okay. Leute, die sich nicht bewegen, sind leichter zu treffen. Und Leute, die dumm um die Ecke schauen wie ich, die werden auch gerne abgeschossen. Oh, da war gerade eine Axt gewesen. Wo bin ich? Ach, drittletzter. Hey. Das freut mich, dass sie nicht der letzte war. War ich überhaupt schon mal der letzte? Ich glaube, immer nur vorletzter höchstens. Na, egal. Mich hofft, bei dem nächsten Mal bin ich wieder besser. So wie das letzte Mal. Das war gut. Die Runde davor war auch gut gewesen. Einigermaßen gut. War aber auch eine scheiß Map gerade. Na ja, was soll's. Ich hofft, bei dem nächsten Mal bin ich wieder besser. Ich wünsche euch bis allen viel Spaß und auf Wiederschönen. Bis dann. Tschüss.